Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seid Sharks. Ja, ich hab es in die Fort Alpha geschafft, deswegen gibt es nun, wie versprochen, exklusives Fort Gameplay auf meinem Kanal. Ich werde natürlich auch weiter in Fort Alice hochladen, doch jetzt erstmal zocken wir eine Runde mit Gideon. Wir zocken gegen zwei Tanks, deswegen benutze ich ein Bild, in dem ich zuerst auf Earthflame gehe. Das ist das lilane Item, mit dem der Burn-Effekt auf Gegner angewandt wird. Diesen Bild hat mir Pizzles empfohlen, denn ich hab auf Twitter gesehen, wie er ein paar richtig geile Gideon Plays hochgeladen hat und die Gegner komplett zerfetzt hat. Und da musste ich ihn einfach anschreiben, hey, wie hast du das gemacht, was hast du für ein Bild, denn er hat das Game jetzt schon etwas länger gezockt und war auch damals in Paragon ein Pro oder semi-Pro. Und da hat er mir ein paar Bits empfohlen, wovon ich einmal in diesem Video ausprobieren wollte. Guckt euch gerne auch mal seine Plays selber an, dafür müsst ihr einfach nur auf Twitter gehen. Wenn ihr einmal dabei seid, könnt ihr ja auch auf meinem Twitter-Account mal vorbeischauen. Dort erfahrt ihr auch immer sofort Neuigkeiten, sofort in den anderen Paragon 2 Anwärtern. So wie war nicht ein neues Video-Hochladen? Meinen Twitter-Link findet ihr in der Videobeschreibung oder auch auf meinem Kanal-Banner. Das Game startet ein bisschen komisch, weil unsere Belika im Draft wohl ein bisschen verwirrt war, deswegen wir zu zweit auf der Midlane starten. Da passiert aber eine Weile lang relativ viel nichts, deswegen überspringe ich das einfach mal. Sie wollen sie dann später in den Jungle gehen, aber wie es ausgeht, könnt ihr ja selbst sehen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr solche geschnittenen Gameplays, die so auf die Highlights reduziert sind, mögt, oder ob ihr lieber Bock auf ganze Gameplays habt. Ein Tipp für die Fogwarts, die sind ja im Moment noch nicht so geil wie damals im Paragon, also man kann nicht durchsehen. Die Kamera verändert sich dann immer für eine kurze Weile, sodass du für viel zu lange einfach gar keine Vision hast. Deswegen geht immer so seitlich durch die Fogwarts, dann könnt ihr mit der Kamera auch ganz einfach durchgucken. Und so seht ihr viel schneller, was dahinter ist. Jetzt sind wir gebackt und jetzt konnten wir uns auch direkt Earth Flame kaufen. Das ist eine sehr starke und auch teure Card, die gibt uns sehr viel Ability-Power und auch Cooldan-Reduction, was uns sehr helfen wird, denn unser Meteor hat einen Cooldan von ganzen 8 Sekunden. Cooldan-Reduction nehmen wir also gerne mit. Und die passive Fähigkeit des Items ist, dass Gegner, die wir mit Fähigkeiten treffen, einen Burn-Effekt kriegen. Das heißt, sie kriegen über 3 Sekunden 5% ihrer maximalen Gesundheit als zusätzlichen Schaden erteilt. Wenn der Gegner 1.500 Leben hat, dann das einfach mal 75 Lebenspunkte. Und wenn er 2.000 hat, dann hat er die erst mal 100 weg. Einfach so. Also es ist wirklich eine sehr starke Karte, vor allem mit Gideon, wenn man seinen Meteor einsetzt. Ich weiß nicht, ob dieser Burn-Effekt bei Fähigkeiten, die mit Tick-Damage dealen, bei jedem Tick angewandt wird. Und wenn dem so wäre, dann wäre das auf jeden Fall richtig krass. Darauf habe ich noch nicht geachtet. Wenn ich es auch nicht weiter will, aber es ist auf jeden Fall richtig gut. Eben ist die Framerate ja ziemlich krass gedroppt, aber keine Sorge, das passt in dem Gameplay nicht nochmal. Als nächstes gehen wir auf die Leader-Lin-Boots. Die sind richtig gut, denn die geben uns eine Menge Movement-Speed. Zwar keine Power wie zum Beispiel die blauen, aber dafür bekommen wir sogar nochmal extra Geschwindigkeit, wenn wir außerhalb eines Kampfes sind. Das wird uns auf jeden Fall beim Positioning auf der Map helfen und uns erlauben, besser chasen oder davon zu rennen. Übrigens, wenn ihr auch mal mit diesem Bug habt, dass wenn ihr respawnt und gerade im Item-Shop seid, dass ihr euch auf einmal richtig bewegt wie in-game. Und nicht mal die Maus im Item-Shop habt, dann müsst ihr einfach L drücken, damit könnt ihr normalerweise einen Bug anzeigen. Dadurch habt ihr nämlich wieder die Maus, dann könnt ihr einfach oben auf Exit gehen und dann einfach mit ESC auch aus dem Bug-Report rauskommen. Das ist irgendwie immer so, wenn ihr im Item-Shop seid, während ihr noch tot seid und dann gerade respawnt, also der Timer abgelaufen ist, dann wird die Steuerung also direkt übernommen. Das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. Übrigens, großartige Neuigkeiten. Ihr kennt doch sicherlich alle noch die Paragon WTF Moments, die Aided auf seinem YouTube-Kanal damals hochgeladen hat. Ich habe mich jetzt entschlossen, eine ähnliche Serie auf meinem Kanal hochzuladen, nämlich eine Fault WTF Moments Series. Die erste Folge ist auch schon fertig, die kommt nächsten Montag, 17 Uhr. Wenn ihr also lustige oder geile Plays habt oder Bugs und ihr die gerne in solch einem Video sehen wollt, dann sendet die einfach an meine E-Mail-Adresse shark6web.de. Die habe ich euch auch in die Videobeschreibung verlinkt, keine Sorge. Und in der Endcard ist sie auch nochmal zu sehen. Ich habe darauf gewartet, dass sie sich zu mir teleportiert, sodass ich mich dann endlich von ihr wegteleportieren kann. Doch durch ihre Ultimate wird mein Teleport einfach abgebrochen. Meiner Meinung nach viel zu krass, weil noch nicht mal die Animation für den Teleport hat begonnen. Da wurde der Cooldown schon eingesetzt und ich konnte meinen Teleport nicht mehr benutzen. Als nächstes gehen wir zur Duo-Lane und gucken, ob wir einen Ganking kriegen. Von Gank kann man hier eigentlich nicht wirklich sprechen, da die Gegner sowieso ziemlich safe unter ihrem Tower stehen. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. Und da die Midlane sowieso gesettet ist und mein Torm relativ sicher ist, haben wir sowieso nichts anderes groß zu tun. Raptors würde ich jetzt nicht schaffen, der Mana braucht das auch noch nicht wieder zurück und die Jungle Camps würde ich nicht stehen. Beziehungsweise halte ich im Moment für nicht so wertvoll, wie den Tower zu pushen. Das einzige, wovor ich mich im Moment noch ein bisschen freute, ist, dass ich gegen Angel Countess auch dazu komme. Deswegen versuche ich die ganze Zeit ein Auge nach rechts aufzuhalten und gucke auf der Map, ob sie vielleicht irgendwo erscheint. Da haben wir dann jetzt so halt das einfacher werden, den Tower zu pushen. Belieker würde ich auch noch ganz gerne ausschalten, schaffe ich jedoch im Moment leider noch nicht. Und dass der Warg dazu kommt, treten wir den Rückzug an, kann das könnte schließlich eventuell auch nicht mehr weit sein. Ganz hab ich mich von der Lane jedoch immer noch nicht verabschiedet, denn wie ich auf der Karte sehe, sind die Minions auf meiner Midlane auch immer noch ziemlich weit gepusht. Also versuchen wir weiterhin auf dieser Lane hier etwas anzurichten. An der Stelle würde ich eigentlich meinen Teleport ansetzen und dann meine Q auf sie schmeißen, aber irgendwie wurde meine eh nicht aktiviert. Da hatte ich leider zu wenig Mana, hätte ich eigentlich drauf achten können. War ein bisschen blöd, hat bestimmt auch lustig ausgesehen. Aber manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob ich mich einfach noch verklickt habe oder ob das wirklich ein Bug war. Hin und wieder habe ich das Gefühl, dass gewisse Dinge einfach nicht aktiviert werden, obwohl ich die Hotkeys drücke. Manchmal laufen die Charaktere auch einfach nicht vorwärts, obwohl ich die ganze Zeit weh drücke, aber dann muss man halt kurz den Finger wieder wegnehmen und dann wieder weh drücken und dann geht's wieder. Oder so ist es auch mit den Basics und mit den Fähigkeiten hin und wieder. Passiert selten, ist nicht weiter weh, ist halt nur mal eine Alpha, aber das ist auf jeden Fall auch noch etwas, was behoben werden muss. Hier dachte ich schon ganz kurz, dass es brenzlig werden würde, aber zum Glück ist noch nichts weiter passiert. Die Count ist back, das ist auf jeden Fall zum Vorteil für uns. Das heißt für uns, dass wir aggressiver pushen können. Eine Gefahr weniger für uns auf jeden Fall. Server kommt wieder mit ins Spiel. Nun wird es für uns doch noch etwas brenziger. Wir müssen also auf jeden Fall in den Rückzug starten. Leider habe ich kaum noch Mana, deswegen versuche ich einfach nur dem Carrying ein bisschen Schaden zuzufügen, damit das Team es einfacher hat, ihn fertig zu machen. Aber für uns ist es eigentlich erstmal Rückzug hier. Ich kann zwar gerade keine Fähigkeiten einsetzen, aber meine Basics stehen auch ziemlich gut Schaden und die Minion Wave ist auf meiner Seite. Ziemlich guter Trade für uns. Jetzt konnten wir den gegendischen Support und sogar den Carry ausschalten. Gefahr für uns wäre im Moment hauptsächlich Countess, da Serok auch ziemlich global und offenbar gebackt ist. Da wir sie aber kurz in der Midlane gesehen haben und Quang die Midlane auch pusht, fühlen wir uns relativ sicher dabei, diesen Tower zu pushen. So würden wir so oder so auf jeden Fall richtig gut auf einer Lane pushen können. Läuft doch ziemlich gut bisher für uns. An dieser Stelle haben wir beide vorher erstmal wieder zur Basis zurückzukehren, denn nun haben wir eine Menge Gold einsammeln können und damit wollen wir uns natürlich neue starke Items kaufen. Nun können wir uns endlich die Liener und Boots fertigstellen und schon auf unser nächstes Item gehen. Das wird wohl dieses sein, wie Orpos, denn das gibt uns auch eine große Menge an Fähigkeiten-Damage und Fähigkeiten-Penetration. Das heißt, dass wir Fähigkeiten-Schilde besser durchschlagen können. Nächste Action läuft schon wieder richtig. Diesmal waren wir auf Countess gehen oder auf den Murdoch. Deswegen gehen wir nun volle Bude auf den Chase. Geht den Slow davon dabei auf jeden Fall nicht unterschätzen. Richtig guter Wort von Murdoch, der gibt mir die nötige Geschwindigkeit, um zu Murdoch aufzuholen. Allgemein gefiel mir das Teamplay in dieser Runde richtig gut. Ich weiß nicht, ob der Rest des Teams miteinander gesprochen hat. Ich war auf jeden Fall Solo-Q, aber falls ihr die ihr mit mir diese Runde gezockt habt, euch wiedererkennt in diesem Video, fände ich es sehr cool, wenn ihr es mal in die Kommentare schreibt. Richtig geile Runde, Leute, hat mir richtig Spaß gemacht. Geiles Teamplay. Im Raptor-Camp geht gerade voll die Action ab, doch ich will nicht, dass wir diesen Tower verlieren. Deswegen versuche ich den noch schnell zu safen. Bevor ich mich auch in das Getümmel stürze, sette ich noch schnell die Lane, indem ich ein paar Minions töte. Und dann geht's ab zum Teamfight. Mein Team hat bereits ziemlich gut aufgeräumt, als ich ankomme, doch einen Snack kann ich mir auch noch gönnen. Sehr gut gemacht, nun können wir uns endlich das extra Gold durch die Raptors holen. Mittlerweile haben die Gegner schon wieder auf unserer Midlane etwas näher zu unserem Tower gepusht, doch die Lanes hätte ich auch schon wieder ganz schnell. Im Moment haben wir unseren linken Tower noch, doch Countess überrascht unsere Muriel im Jungle, deswegen versuche ich ganz schnell ihr zur Hilfe zu kommen, doch leider habe ich kaum noch Mana. Deswegen versuche ich die Countess zu slownen und mit meinen Basics anzugreifen. Leider hat es Muriel nicht mehr geschafft, doch kriegen wir die Countess wohl mit unseren Basics sogar noch vor unserem Carry. Das liegt doch ganz okay. Nun wollten wir eigentlich becken, doch da kommt das Zerbock und will unseren Twin-Bust angreifen. Auch wenn ich kaum noch Mana habe, versuche ich natürlich zu helfen, denn meine Basics hitten trotzdem noch ziemlich hart. Das war auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung für ihn, ihr seht wie er wegrennt. Das war ein lustiger Trick von ihm, doch er hilft ihm leider nicht. Nun setten wir noch schnell die Lane und dann können wir uns auch endlich wieder zurück zur Basis begeben und unser neues Item finishen. Denn wie ihr seht, wir haben richtig viel Gold, 2800, damit kriegen wir auf jeden Fall W-Orpus. Damit kriegen wir nun nicht nur die extra Power, sondern auch die extra Energy Penetration, wodurch wir besser Energieschilde durchbrechen können. Jetzt gehen wir nur noch schnell die Lanes setten auf der linken Seite, bevor wir zurück zur Mitte kehren und schauen, was wir dort anrechnen können. Denn wie es aussieht, ist unser Team dort in ein paar Schwierigkeiten. Die Countess versucht zu entkommen, doch ich versuche sie vielleicht noch ein bisschen zu damagen. Doch leider kommt sie durch die Shadow Wall davon. Jetzt wird es Zeit, etwas aggressiver zu werden. Ich benutze meine Ultimate leider nicht so gut für mich. Ich werde richtig low und da bin ich tot. Leider, leider. Doch, mein Team kämpft weiter und das scheint auch das richtig gut zu machen. Wie ihr seht, wird das ein ziemlich guter Trade. Nur noch der Greystone lebt, den versuchen sie zu tracen. Meiner Meinung nach an dieser Stelle nicht ganz so wichtig. Den hätten sie wahrscheinlich eh nicht mehr bekommen. Aber das war doch auf jeden Fall ein richtig guter Trade. In der Zeit, wo wir tot waren, holen wir uns noch schnell ein neues Item und dann geht es ab zur Midlander-Gain und wir versuchen sie zu pushen. Fimbers hat auf jeden Fall richtig Bock, die Midlander zu pushen und den Greystone nun doch endlich zu kriegen. Und das sehe ich, das macht er ziemlich gut, also gehe ich auch mit rein. Und wir kriegen ihn schon mal so weit, dass er seine Alte mit einsetzen wird. Jetzt noch kurz warten und da ist er schon wieder. Jetzt geht es richtig los. Wir kommen ihm hinterher. Das hat richtig gut funktioniert. Countess kommt auch noch dazu, sieht die Möglichkeit und die hat sie auch richtig gut ergriffen. Unser Turmbass hat leider keine Chancen mehr gehabt. Ich kann leider auch nichts mehr tun und ich muss aus der Situation entfliehen. Auch Muriel konnte mit ihrem Schuld nichts mehr anrichten an dieser Stelle. Nun sind wir wieder dabei, die Midlands zu verteidigen und gehen dann natürlich auch gleich wieder in einen Push über. Ich sehe, dass die Belieger auf der linken Seite im Jungle rumläuft. Deswegen gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Sicher hat sie vor allem einen Gank auszuführen. Und das tut sie auf Wiedersehen. Leider misse ich meinen Slow, doch sie hittet ihren Stun und mit ihrer Bombe tut es ihr richtig doll weh. So doll ist, als sie sie instant killt. Da musste ich erstmal gucken, was sie für ein Bild hat. Tatsächlich nichts Besonderes groß. Einen anderen Bild benutze ich selber auch kaum groß. Doch wahrscheinlich hat sie krassere Stats auf ihrer Bombe als ich auf meinem Meteor. Auch wenn der mittlerweile natürlich auch ziemlich krass hittet. Nach dieser Situation versammeln wir uns alle beim Orb Prime Pit und füllen uns natürlich den Orb gönnen. Meiner Meinung nach in dieser Situation noch relativ kritisch. Da wir keine Vision auf die Gegner haben, wissen zwar, dass Belieger tot ist und sie den Gegnern in einem Kampf nicht helfen kann. Aber wir alleine halten uns gerade im Moment für selbstbewusst genug. Und schließlich waren wir alle Full HP und Full Mana. Nun heißt es erstmal wieder Mitte pushen. Doch an unserem Muriel erkenne ich, dass jemand von uns in Schwierigkeiten ist, deswegen will ich zur Hilfe kommen. Doch offensichtlich haben sie die wohl gar nicht gebraucht. Trotzdem laufe ich jetzt erstmal in den Jungle, um zu gucken, auf welcher Lane es sich wohl in naher Zukunft für uns vorteilhaft entwickelt. Übrigens, ich zocke das Game auf hohen Grafikeinstellungen, das ist noch nicht mal episch und ich finde, dafür sieht es echt mega geil aus. Und mit 60 FPS und Aufnahme läuft alles ganz flüssig. Bis auf diesen einen Bug am Anfang, aber das ist einmalig gewesen. Währenddessen farme ich noch ein bisschen im Jungle. Nun sehe ich endlich, dass es auf der rechten Seite Hauptzugel, beziehungsweise dass wir gut im Formarsch sind. Wir haben eine riesen Minion Wave angeschaut. Der Greystar muss sich zurückziehen und wir können uns ihn und den Tower easy snacken. Wir bekommen sogar den Kill mit unserer Ticking Damage Fähigkeit. Daraufhin geht es auch gleich weiter. Die Hälfte des gegnerischen Teams ist immer noch abgelenkt und anderweitig beschäftigt. Deswegen greifen wir auch direkt mit großer Mannschaft den Inhibitor der Gegner an. Hier möchte ich gerne nochmal daran erinnern, dass ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen lassen könnt, ob euch diese Art von Videos gefallen. Das heißt, diese zusammengeschnittenen Gameplays, die so ziemlich auf die Highlights der Runde runtergebrochen sind. Oder ob ihr auch Bock habt auf ganze Gameplays mit Live-Kommentarien. So oder so, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Das würde mich sehr freuen. So verpasst ihr in Zukunft nichts mehr zu geilen Paragon Gameplays, an meine Cinematic Edits angelehnte Gameplay Edits und die neuesten Informationen zu allen Paragon 2 Spielen. Nachdem wir uns den rechten Inhibitor geholt haben, gehen wir auch direkt zur Mittlerin. Dort helfen wir unserem Team aus, die ja schon bereits ziemlich gut vorgedrungen sind. Und guckt euch mal den Sabrog an. Er hat fast Full-Helf und auf einmal eine Kombo von Bellica und er ist down. Also ich weiß echt nicht, was die Bellica hier gemacht hat und wie viel Hilfe sie gerade bei diesem Kill bekommen hat. Aber es ist echt absolut krank, was ihr hier anrichtet. Vor allem, es geht hier um Sabrog. Sabrog ist eigentlich einer der krassesten Tanks in dem Spiel. Also entweder hat er einfach nur einen richtig schlechten Bild oder Bellica ist einfach viel zu broke. Jetzt gehen wir darauf, das Spiel zu verenden. Das gesamte Gegner-Team bis auf Greystone ist tot. Er versucht nochmal etwas zu retten und geht in den Kampf rein. Zu meinen Gunsten, da kriege ich einfach nochmal schnell einen Free-Kill. Danke dafür. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wenn ihr mehr Bock auf Fallout habt, dann habe ich euch auch nochmal meine neuesten Fallout-Gameplay-Alits in die Videobeschreibung verlinkt. Davon werde ich in naher Zukunft auf jeden Fall noch mehr hochladen. Einen Ausschnitt aus einem davon könnt ihr auch gerade im Hintergrund sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eben doch einen Like da lasst. Ich bin raus, also so wie immer. Danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.